Hallöchen meine lieben Freunde hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ich bin heute mit zwei meiner Leutchen unterwegs, die aber natürlich nicht im Testen, die ich auch nicht, denn Standardaufnahme. Was haben wir hier? Tiefwindschlucht, genau. Ne, Quatsch. Ach, jetzt mach ich das schon wieder. Wo gehen die hin? Okay, die genaue hoch. Nein, nicht Tiefwindschlucht, was ist Quatsch? Lol, er hat gleich Bappel gezündet. Egal. Nicht Tiefwindschlucht, da sind wir Brubine, genau. Oh oh, Decay. Du hast hier den falschen ausgesucht. Du wirst jetzt sterben. Und zwar jämmerlich. Du auch. Hier geblieben. Oh, was legt der denn? Ah, er bleibt hier singen. Ja, okay, das sieht immer ganz gut aus. Gehen wir noch hoch, genau. Ähm, genau. Was hat sich vielleicht zum letzten Mal geändert? Äh, nichts. Ich bin immer noch unrasiert. Oh Gott, das ist dieser... Ein, zwei Tage Bad. Ist ja eh nix. Müsstet ihr wahrscheinlich sehen. Im großen Bildschirm sowieso. Okay. So, gut. Dann halten wir den mal hier auf, ne? Guck mal hier, Freund. So schon mal gar nicht. So fickt man das eigentlich jetzt an. Und heilig. Und töte ihn. Jetzt kriegst du deinen Stun. Ah, er ist auch noch gleichzeitig anwaffnet. Cool. Ich hab hier so 700k eiskalt mal weggefetzt. Okay, der ist gleich rausgegangen. Zing, der ist raus. Immer die Worries ohne Int, ne? Int-Buff. Ja, ja. Int-Buff, das war noch was, ne? Int-Buff geben, damit der Worries die Targets, die CC-Targets irgendwie versteht. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Ähm, das Ding stellen wir mal hier hin. So, und jetzt gibt's hier Romba-Zamba. Hahaha. Geil, alles down. Okay, gut, du warst zu sechst hier, dass ich sie seh. Alter Schwede. Hahaha. 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 Oh, die wird auseinander gefetzt haben. Ah, cool, danke. Kannst du mal aufhören zu legen? Toma! Oh, zum Teufel ist der, dass man die nicht mehr trifft? Tank-Scheiße da. Ich hab mich mal am Arsch, mein Freund. Oh, kommt der Grip? Kommt der? Mein Grip? Gut. Ja, natürlich. Ey, wie findet das denn? Ich hab die nicht getroffen. Wie kommt denn der her? Wie ist denn der? Wie ist denn der? 2, 2, 1, Stun? Inline hinten dran. Nee, du bleibst hier voll. Oh, scheiß. Immun. Wie immun. Achso, was soll ich denn? Der Damage hat er passiert? Was ist denn der Gegenhunter? Oh, die Fall ist auf. Oh, ey, wie lange der lebt. Ich nicht mehr normal. Okay, jetzt hat er nichts mehr. Wollt schon sagen. Ich wollt schon sagen. Oh, 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 oh. Wie suchst du denn auch wieder den falschen aus? Oh, 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 oh. 900. Oh, oh, oh. Spielt damit, spielt damit, spielt damit. Oh, was? Oh, Gott. Wie der oben gefallen ist. Hm? Spielt bitte damit, wenn ihr, wenn ihr 30% Krit habt. Spielt damit, das ist ja unglaublich übel. dann würde ich halt den stunn hier oh nee deswegen das ging nicht okay da werde ich auch nicht lange leben egal egal ob es aufgehalten das zählt ja jeweils in der zeit haben wir nämlich die dorit da unten genommen die tickt für uns es gibt punkte und die ist durch und die eine davor war wahrscheinlich auch noch durch der selbstmord genau das hat man schön gesehen dann gehen jetzt haben wir alles bereit so viel der weg so viel der mensch alles steaks alle steaks Okay, dann fange ich mal hin. Ist der Heilmank. Scheiße. Hallo Hunter, das war ein Fehler. Echt doch. Hallo Fall. Das war auch ein Fehler. Hast du eine Bubble? Wenn nicht, bist du tot. War ein Schiss. Das ist so geil. Einfach die Leute finishen. Blö. Komm her, komm her, komm her. Feige Sau. Feige Sau. Was soll man machen? Gut, ich hätte es natürlich auch gemacht. Er ist kein Feige Sau. Er macht es halt richtig. Ich werde auch abgehauen. So bescheuert. Und tschüss. Danke für den Stun. Konnte ich ihn umbauen. So viel Single Target Damage. Und der Pally wird wahrscheinlich schon reingespampt haben. Ja, klar. Die Standard Kombi. Göttliche Hammer und göttliche Sturm. Die Standard Combo. Göttliche Hammer wird aber zum Glück genervt. Wäre nicht. Und ich habe auch viel. Okay. Aber ich habe noch andere Angriffe. Die Ordentliche anbrachten. Und viel Single Target. Und mein Penis ist größer. Jetzt machen wenigstens die Mili's nicht mehr den Damage. Heimen wir mal ein bisschen. Denn vielleicht können wir ihm noch irgendwie helfen. So, jetzt tun wir mal. In diesem Pally hier. Gucken wir mal so ein bisschen Druck rausnehmen können. Ist zwar nur ein bisschen, aber immerhin. So. Ich wende es an. Na ja. Ich wünsche Spaß. Tschüss. So, das war es dann wieder für heute. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.